Ob Handy, Auto oder Kleidungsstück, ohne internationalen Handel wäre vieles gar nicht verfügbar oder nur zu viel höheren Preisen. Warum ist das so? Die internationale Arbeitsteilung macht es möglich. Jedes Land liefert das, was es am besten kann. Das steigert den Wohlstand für alle. Kein Land kann zu vernünftigen Preisen und Bedingungen alles selbst herstellen. Schwierig wird es, wenn ein Land seine Arbeitsplätze vor der ausländischen Konkurrenz schützen will. Es belegt Importe aus anderen Ländern mit Zöllen. Dadurch werden sie teurer als die heimischen Produkte. Den Preis dafür zahlen die Verbraucher. Problem? Andere Länder lassen sich das aber oft nicht gefallen und erheben auch Zölle. Ein verhängnisvolles Karussell kommt in Gang. Der Wohlstand schwindet für alle. Als Exportnation hat Deutschland das Nachsehen. 1994 wurde die Welthandelsorganisation WTO gegründet. Sie kann Strafen bei Regelbruch verhängen und Schiedsrichter spielen. Dadurch bekommen die Handelspartner einen Anreiz zu kooperieren. Aber Länder wie China und die USA setzen seit einigen Jahren immer weniger auf Kooperation und immer mehr auf den Schutz der eigenen Wirtschaft vor ausländischem Wettbewerb. Und die EU macht ständig neue Regeln und Auflagen, an die sich Handelspartner halten müssen, wenn sie ihre Waren im EU-Binnenmarkt verkaufen wollen. Diese Regeln haben immer weniger mit dem eigentlichen Handel zu tun. Es sind vielmehr politische Forderungen ans Ausland. Europäische Unternehmen sollen sie durchsetzen, wie es zum Beispiel das Lieferkettengesetz verlangt. Gleichzeitig führt die EU ein neues Handelshemmnis ein, den CO2-Grenzausgleich. EU-Unternehmen müssen einen erhöhten CO2-Preis zahlen. Das soll sie dazu bewegen, weniger Energie zu verbrauchen und das Klima zu schützen. Lieferanten von außerhalb der EU werden mit dem CO2-Grenzausgleich belastet. Doch das kann ein bürokratisches Monster werden. Das Problem? Exporte von EU-Unternehmen in den Rest der Welt werden umgekehrt nicht entlastet. Sie sind wie mit einem Ausfuhrzoll belegt. Die Lösung könnte ein Klimaclub der Länder sein, die selbst höhere CO2-Preise haben. Sie könnten sich auf gemeinsame Standards einigen und gemeinsam einen einheitlichen Preis einführen, gemeinsam die Umsetzung überwachen und somit das Ungleichgewicht beheben. Weitere Instrumente zum Schutz des Freihandels hat Professor Gabriel Felbermeier vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung für die Stiftung Familienunternehmen in einer Studie analysiert.